Atta, 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 in die Kneipe muss der Vater. Hallo Anni. Hallo Edi. Du kommst aber ungünstig. Wir haben gerade Sad Hour. Das heißt, alle Getränke kosten das Doppelte. Aber dafür haben wir einen neuen Cocktail im Angebot. Schau mal. Cocktail Ikea. Musst du allerdings selber zusammenbauen. Gib mir einfach zwei Achtel, weiß. Nimm doch lieber ein Viertel. Ist doch billiger als zwei Achtel. Nein, ich brauch zwei Achtel, weil mein Freund, mit dem ich immer trinken gehe, der ist krank. Und ich habe ihm versprochen, solange er krank ist, trinke ich immer ein Achtel für ihn mit. Verrückt. Danke. Bitte. Servus. Atta, 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 in die Kneipe muss der Vater. Hallo Adi. Hallo Edi. Du kommst ungünstig. Wir haben gerade die Pressed Hour. Da kosten Getränke das Dreifache vom normalen Preis. Oh. Dafür haben wir einen neuen Cocktail im Angebot. Den Cocktail Winter. Den macht der Mohamed in der Küche. Mohamed ist Epileptiker. Dort ist er besonders gut geschüttelt. Gib mir einfach zwei Achtel, weiß, wie immer. Du weißt ja, ich muss ein Achtel für meinen kranken Freund mittrinken. Verrückt. Bitte. Danke. Servus. Atta, 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 in die Kneipe muss der Vater. Hallo Adi. Hallo Edi. Zwei Achtel wie immer. Nein, diesmal nur eins. Ist dein Freund gestorben? Nein, aber ich habe aufgehört zu trinken. Verrückt. Aber es wird darauf nachdenken. Ich bin ganz wichtig. schaut gut aus. Ich bin ganz wichtig. Für mich noch besser. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin creat просто. Ich bin der responsabilität.